Wir sind ehrlich gesagt gerade wach. Ja, aber schon sehr interessiert an Beziehung. Hi, mein Lieben. Hallo, mein Lieben. Hi. Und an der Materialtestung. Auch. Ach, Scheiße. Bist du auch, hm? Ja, hier noch. Und so, schnickst du noch? Oh. Oh. Und da wird doch was gemacht. Ah, ich schnickst du noch? Ja. Ich hoffe nicht, eigentlich ist das an der Dommer, ne? Das war ja nicht. Oh, ja, ja. Oh, ja, ja. O, ja, ich hole eine, die Arme auf. Wie gut, die Schn twoche? Sowas beginnend. Oh. Ah, wirklich? Dann haben wir auf dem Blatt undâu, was wegrade es dir ver Anouk und Alma. An der Gardine wiederum. Wo? In der Tür. Der größte Schatz. Ja. Anouk und Alma. Also Angst ist was anderes, wenn es geklötert. Möhrchen. Bittet ihr das eher spannend? Die Klötenplassen, das ist aber toll. Abenteuer. Orange ist Annabella. Die sind alle so topfit. Das ist völlig egal, ob das geklötert hat oder nicht. Ihr seid tapfare, mutige Huberwarte. Ihr kennt keine Kuh. Und bei diesen Temperaturen, sofern es trocken ist, sind sie den ganzen Tag draußen. Das finden sie prima. Ja. 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 Ichxisne. Ja. Ja. Ich bin soo zken. Das oben ist Eila und unten ist Alma. Das oben ist Und da sind irgendwelche Raubtiere anwirbeln. Da geht es aber zur Sache. Und da geht es, dass wir hier in den Kuchen kommen, dass wir hier in den Kuchen kommen. nachher gibt es noch eine neue hütte dann schauen wir mal weiter